Herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, wie hängen Kompositionalität und Grammatik zusammen, bzw. wie hängen das Kompositionalitätsprinzip und die Grammatiktheorie zusammen. Zuerst soll es aber einfach um Kompositionalität und das nämliche Prinzip und erst danach auch um Grammatik und Grammatiktheorie gehen. Das Prinzip wird auch Frege-Prinzip genannt, weil Gottlob Frege es zwar nirgends so geäußert, aber in seinen Werken so gemeint hat und als erster sich auch ausführlich mit diesem Prinzip beschäftigt oder gemäß diesem Prinzip gearbeitet hat. Frege widme ich zwei eigene Podcasts und auch das Kompositionalitätsprinzip kommt in anderen Folgen noch öfter zur Sprache. Die Idee von der Kompositionalität von Bedeutung ist von überragender Bedeutung für die Semantik als Ganze, sofern sie sich nicht nur mit einfachen, sondern auch mit zusammengesetzten Ausdrücken beschäftigt. Was steckt hinter der Kompositionalität? Der Ausdruck Kompositionalität meint den Umstand, dass die Bedeutungen zusammengesetzter Ausdrücke komponiert, also zusammengesetzt sein sollen, aus den Bedeutungen der Einzelausdrücke, die in ihnen enthalten sind, deren grammatischer Bedeutung und der Art und Weise, wie die Einzelausdrücke syntaktisch verknüpft sind. Das ist schon eine mögliche Formulierung des sogenannten Kompositionalitätsprinzips. Nehmen wir als Illustration den Satz, niemand respektiert Frauen mehr als ich. Ich paraphrasiere die Bedeutung einmal folgendermaßen. Es gibt keine Person außer der Sprechenden, die ein höheres Maß an Achtung für erwachsene weibliche Personen hat. Wir finden in dem Satz die lexikalischen Einzelausdrücke oder Lexeme niemand respektieren Frau mehr als und ich. Jedes davon können wir in einem Wörterbuch nachschlagen, zu jedem davon haben sie eine Bedeutung gelernt. Die lexikalischen Bedeutungen von jedem dieser Lexeme geht in die Satzbedeutung ein, wie das Kompositionalitätsprinzip sagt. Stellen Sie sich vor, wir würden diese Einzelausdrücke jetzt durchrühren und bekämen als Resultat, als mehr niemand respektiert ich Frauen. Ich denke, man kann nicht behaupten, dass dieser Satz die gleiche Bedeutung wie der ursprüngliche hat. Hat er überhaupt eine? Dabei besteht er doch aus genau denselben Lexemen. Oder nehmen Sie den Satz, mehr Frauen als ich respektiert niemand. Dieser Satz enthält auch dieselben Lexeme und er bedeutet auch etwas, aber etwas anderes als unser ursprünglicher Satz. Hier geht es nicht mehr um ein höchstes Maß an Achtung, sondern eine höchste Menge an Frauen. Deshalb ist die Satzbedeutung auch mehr als die Summe der Bedeutungen der Einzelausdrücke. Zu diesen dazu kommt nämlich laut Kompositionalitätsprinzip die Art ihrer syntaktischen Verknüpfung. Niemand respektiert Frauen mehr als ich weist eine andere Verknüpfung der Einzelausdrücke auf, als mehr Frauen als ich respektiert niemand. Mehr im ursprünglichen Satz modifiziert das Verb, mehr respektieren, und in dem anderen Satz modifiziert es ein Nomen, mehr Frauen. Die Sätze haben verschiedene syntaktische Strukturen. Das Kompositionalitätsprinzip besagt zuletzt noch, dass auch die grammatische Bedeutung der Einzelausdrücke zur Bedeutung des zusammengesetzten Ausdrucks beitragen. Vergleichen Sie die beiden Sätze. Niemand respektiert Frauen mehr als ich und niemanden respektieren Frauen mehr als mich. Wieder die gleichen Lexeme, diesmal auch, so würden zumindest viele GrammatikerInnen sagen, dieselbe syntaktische Struktur, aber trotzdem unterschiedliche Satzbedeutung. Niemand hat von der Nominativ- zur Akkusativ-Flexion gewechselt, respektieren von der dritten Singularpräsenz zur dritten Pluralpräsenz, Frau von Akkusativ-Plural zu Nominativ-Plural und ich von Nominativ-Singular zu Akkusativ-Singular. Damit sind aber auch die syntaktischen Funktionen Subjekt und Direktes Objekt zwischen den beiden Sätzen vertauscht worden und das hat dazu geführt, dass jetzt die Frauen diejenigen sind, die respektieren und niemand respektiert wird. Was leistet das Kompositionalitätsprinzip? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich kurz etwas zum Status des Kompositionalitätsprinzips sagen. Die Idee, dass sich die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks aus den Bedeutungen seiner Einzelausdrücke, deren grammatischer Bedeutung und ihrer syntaktischen Verknüpfung ergibt, ist erst einmal nicht mehr als genau das, eine Idee, oder anders ausgedrückt eine Arbeitshypothese. Man hat an einer begrenzten Menge von zusammengesetzten Ausdrücken beobachtet, wie sie verwendet und verstanden werden und das daraufhin in die Form einer allgemeinen Aussage gepackt, das Kompositionalitätsprinzip. Das Kompositionalitätsprinzip ist wohlgemerkt kein allgemeines Gesetz. Es gibt ja Fälle von zusammengesetzten Ausdrücken, die niemand beobachtet hat, bevor jemand das Kompositionalitätsprinzip formuliert hat und die deshalb auch potenziell Gegenbeispiele zu dem Prinzip sein könnten. Dass das Prinzip eine Arbeitshypothese ist, bedeutet, dass man die Bedeutung zusammengesetzter Ausdrücke unter der unbewiesenen Vorannahme berechnet, dass sie sich aus kleineren Einheiten und grammatischen bzw. syntaktischen Regeln komponieren lassen. Besonders innerhalb der wahrheitsfunktionalen Semantik wird Satzsemantik ganz selbstverständlich als kompositionelle Semantik betrieben. Sie sollten sich trotzdem über den Punkt, dass die Kompositionalität nur eine Arbeitshypothese ist, sehr klar sein, denn oftmals wird darüber so gesprochen, als wäre es tatsächlich ein Fakt, ein Gesetz. So, was leistet denn jetzt das Kompositionalitätsprinzip, dass man so an ihm hängt. Wilhelm von Humboldt im frühen 19. Jahrhundert und Noam Chomsky in den letzten 60 Jahren haben in ihren Sprachtheorien hervorgehoben, dass Sprache dadurch gekennzeichnet ist, dass von begrenzten Mitteln unbegrenzter Gebrauch gemacht wird. Mit den begrenzten Mitteln ist zum einen das begrenzte Inventar von einfachen Ausdrücken, von Lexemen in einer Sprache gemeint. Zweitens ist die endliche Menge an grammatischen Formen und ihren Bedeutungen gemeint, die diese Lexeme annehmen können. Diese Menge besteht in den Flexionsformen der Lexeme. Und drittens ist damit die begrenzte Menge an syntaktischen Regeln oder Strukturprinzipien gemeint, nach denen sich Lexeme in ihrer grammatischen Formung kombinieren lassen. Zum Beispiel, dass eine Verbalphrase aus einem Verb und verschiedenen optionalen anderen Phrasenkategorien, zum Beispiel NP oder PP, besteht. Wir SprachbenutzerInnen können die Lexeme, ihre Formen und die syntaktischen Regeln lernen. Sie befinden sich dann in unserem Gedächtnis, in der einen oder anderen Form, aus dem wir sie abrufen, wenn wir Sprache verwenden. Von diesen begrenzten Mitteln machen wir aber nun unbegrenzten Gebrauch. Damit ist die Tatsache gemeint, dass wir in der Lage sind, zusammengesetzte Ausdrücke zu bilden und zu verstehen, die niemand vor uns jemals produziert hat. Horst schlemmt Senfsahne mit Chasen Tyrants Tigerlöffel. Es dürfte klar sein, dass wir diesen Satz und unzählige viele andere wirkliche oder mögliche Sätze nicht im Gedächtnis gespeichert haben und nicht abrufen, um sie zu produzieren oder zu interpretieren. Deshalb, so die VerfechterInnen des Kompositionalitätsprinzips, müssen diese Bedeutungen aus Wörtern, Formen und Regeln, die wir gespeichert haben, immer on the fly im Sprachgebrauch komponiert werden. Wir können eben prinzipiell unendlich viele verschiedene zusammengesetzte Ausdrücke produzieren und verstehen. Tina torkelt trunken treppabwärts. Die Sache mit der Kompositionalität, das Kompositionalitätsprinzip, scheint ziemlich klar zu sein. Es fällt schwer, eine andere Lösung als Kompositionalität für das Problem zu finden, dass wir die Bedeutung der meisten zusammengesetzten Ausdrücke nicht gelernt haben können. Und doch lässt das Kompositionalitätsprinzip einige Fragen offen und es gibt auch Probleme damit. Was Freges eigene Formulierungen anbetrifft, muss man sich das Kompositionalitätsprinzip, wie er es wahrscheinlich gemeint hat, aus Aussagen in seinen Schriften relativ mühsam zusammensuchen. Es gibt aber zahlreiche moderne Varianten des Kompositionalitätsprinzips und sie alle versuchen, auf bestimmte Fragen und Probleme einzugehen, die ältere Formulierungen oder Interpretationen von Frege offengelassen haben. Aber keine davon ist so klar oder so unabhängig von speziellen Theorien oder Annahmen, dass sie alle Fragen beantworten und alle Probleme in allgemein zustimmungsfähiger Weise lösen würde. Ich möchte jetzt vier Fragen nennen, die relevant in Bezug auf das Kompositionalitätsprinzip sind. Wie man sie beantwortet, hat dann erhebliche Konsequenzen dafür, wie die Bedeutungskomposition aussieht oder ausfällt. Erstens, was ist in der Formulierung des Kompositionalitätsprinzips mit Bedeutung gemeint? Es kann sein, dass eine Formulierung des Prinzips offen lässt, was mit Bedeutung gemeint ist. Man ist dann eingeladen, einfach den eigenen Bedeutungsbegriff anzuwenden. Frege hatte beispielsweise einen Begriff von Bedeutung, Frege selbst sagt Sinn dazu, der nicht etwas Individuelles, Psychisches im Geist von SprachbenutzerInnen meint, sowas wie Konzepte, sondern etwas Objektives, das unabhängig von allem Psychischen ist. Das ist eine bloße Setzung von Frege und keine Aussage, die sich auf irgendeine Weise empirisch widerlegen ließe. Dieser Bedeutungsbegriff liefert aber eine relativ kohärente Interpretation des Kompositionalitätsprinzips. Es gibt allerdings auch andere Bedeutungsbegriffe, zum Beispiel solche, die Bedeutung als etwas betrachten, das sich sehr wohl in der Kognition von SprachbenutzerInnen manifestiert. Ein solcher Bedeutungsbegriff ist prinzipiell veränderlich, weil er von experimenteller psychologischer Forschung beeinflusst wird. Es ist denkbar, dass sich dabei ein Bedeutungsbegriff herausentwickelt, der die Bedeutungskomposition sehr viel anders aussehen lässt als bei Frege. Die kognitive Semantik argumentiert zum Beispiel, dass an jedem Einzelausdruck ein ganzer Komplex von Wissen dranhängt, der mit diesem Ausdruck assoziiert ist und dass die Bedeutungen von Einzelausdrücken sich, wenn sie syntaktisch kombiniert werden, überlappen, statt fein säuberlich voneinander getrennt zu sein, wie die Einträge in einem Wörterbuch. Was sich dabei überlappt, sind sozusagen die Assoziationen zwischen den Bedeutungen der Einzelausdrücke. Vergleichen Sie Der Strand ist sicher mit Der Sieg ist sicher. Die Bedeutung von Strand bzw. Sieg hat hier Einfluss darauf, wie sicher zu interpretieren ist, nämlich ganz unterschiedlich. Das hängt mit den verschiedenen Wissenskomplexen zusammen, die wir mit den beiden Ausdrücken Strand und Sieg assoziieren. Aber niemand käme auf die Idee, die jeweilige lexikalische Bedeutung von sicher, von denjenigen von Strand oder Sieg abhängig zu machen. Hinsichtlich ihrer grammatischen und syntaktischen Form unterscheiden sich die beiden Sätze nicht. Inwiefern sind also die Bedeutungen der beiden Sätze kompositionell, wenn man einen solchen Bedeutungsbegriff vertritt? Da die Sätze aber auch nichts Beliebiges bedeuten, könnte man vielleicht schließen, dass die Sätze eine sogenannte schwachkompositionelle oder partiellkompositionelle Bedeutung haben. Das heißt, die jeweiligen Ausdrucksbedeutungen der Sätze und vieler ähnlicher zusammengesetzter Ausdrücke erschöpfen sich nicht in der kompositionellen Bedeutung, sondern bestehen in der kompositionellen Bedeutung plus x, also plus etwas, das nicht lexikalische Bedeutung, nicht grammatische Bedeutung und nicht syntaktische Verknüpfung ist. Und solche Effekte hängen an dem Bedeutungsbegriff, den man anlegt. Zweitens, was gilt als Einzelausdruck bzw. was hat lexikalische Bedeutung? Das Kompositionalitätsprinzip baut auf den Unterschied zwischen Einzelausdrücken und zusammengesetzten Ausdrücken. Einzelausdrücke sind lexikalische Einheiten und sie haben eine lexikalische Bedeutung, die man aus dem Gedächtnis abrufen kann. Zusammengesetzte Ausdrücke haben eine kompositionelle Bedeutung und diese muss on the fly komponiert werden. Nun unterscheiden sich aber semantische Theorien darin, was sie als lexikalische und was sie als kompositionelle Bedeutung betrachten, weil diese semantischen Theorien an Grammatiktheorien gekoppelt sind. Die Grammatiktheorien unterscheiden sich aber darin, welche Ausdrücke sie im Lexikon verorten und welche sie der morphologischen Formung und syntaktischen Verknüpfung überlassen. Das hat zwar keinen Einfluss auf die prinzipielle Gültigkeit des Kompositionalitätsprinzips, Bedeutungen müssen ja immer noch komponiert werden, aber auf die Ausgestaltung des Kompositionsprozesses. So können sich Lexikon- und Grammatiktheorien darin unterscheiden, ob sie flektierte Formen von Ausdrücken im Lexikon verorten oder ob sie nur die Grundformen oder Stammformen der Ausdrücke im Lexikon verorten und die Flexion einer grammatischen Komponente überlassen. Sehr stark unterscheiden sich Grammatiktheorien beispielsweise darin, welche morphologischen, syntaktischen und semantischen Informationen sie in den Lexikon-Eintrag eines Verbs stecken und ob sie für ein Verb wie öffnen, die Tür öffnet sich, der Schlüssel öffnet die Tür, Angelika öffnet die Tür mit dem Schlüssel, einen oder drei Lexikon-Einträge annehmen. Wenn sie drei Verben öffnen annehmen, die jeweils verschiedene thematische Rollen zu sich nehmen, ein Thema oder ein Thema und ein Instrument oder ein Thema, ein Instrument und ein Agenz, dann muss man die eben alle im Gedächtnis haben. Wenn sie dagegen nur ein Lexikon-Eintrag für alle Auftretensformen von öffnen annehmen, dann müssen sie die Frage, was öffnen denn jetzt konkret bedeutet, in die syntaktische Verknüpfung packen. Dann könnte beispielsweise jede Bedeutungsvariante von öffnen eine eigene, unsichtbare syntaktische Tiefenstruktur haben, die sich von den anderen unterscheidet. Wir sind immer noch bei der Frage, was man im Lexikon verortet und was man der Bedeutungskomposition via Syntax überlässt. Neben der Frage, wie man mit klassischen Wörtern, beispielsweise Verben, und mit Wortformen verfährt, gibt es auch diverse Abstufungen von mehr oder weniger festgefügten, zusammengesetzten Ausdrücken, die eine mehr oder weniger kompositionelle Bedeutung haben. Denken Sie beispielsweise an, es ist zum Xen, also etwa zum Kotzen, zum Aus-der-Haut-Fahren, zum Heulen, zum Verrückt-Werden. Denken Sie an Guten Tag, an In-Betracht-Ziehen, an Das-wäre-ja-noch-schöner. Haben diese Ausdrücke bzw. in welchem Maß haben diese Ausdrücke komponierte Bedeutungen? Oder sollte man sie ganz oder in ihrem größten Teil dem Lexikon zuschlagen? Drittens. In welcher Beziehung stehen am Biege zusammengesetzte Ausdrücke zum Kompositionalitätsprinzip? Das Kompositionalitätsprinzip besagt in fast allen Formen sinngemäß die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks etc. pp. Was heißt hier die Bedeutung? Man muss das doch wohl so verstehen, dass es genau eine Bedeutung für einen zusammengesetzten Ausdruck gibt. Bei Sebastian Löbner klingt das besonders explizit so. Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich eindeutig aus der lexikalischen Bedeutung seiner Komponenten, aus deren grammatischer Bedeutung und aus seiner syntaktischen Struktur. Zitat Ende. In einem anderen meiner Podcasts nenne und illustriere ich zahlreiche Arten von Mehrdeutigkeit, auch Ambiguität genannt, und viele davon treten in zusammengesetzten Ausdrücken auf. Wie verhält sich das zum Kompositionalitätsprinzip? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt daraus, dass das Kompositionalitätsprinzip als allgemeine Aussage nicht gültig ist, oder man bestreitet die Ambiguitäten. Zur ersten Alternative. Wer die Kompositionalität von Bedeutung rundweg leugnet, möge einen besseren Vorschlag machen. Auf die zweite Alternative möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Ich sah den Mann mit dem Fernglas. Wer hat hier das Fernglas? Ich oder der Mann? Es war der Eimer des Knechts, den ich in den Burggraben warf. Warf ich den Eimer oder den Knecht in den Burggraben? Jeder Student liebt eine Professorin. Genau eine Professorin oder irgendeine. Kylie Jenner gefällt Douglas. Wer gefällt hier wem? Wie könnte man dafür argumentieren, dass diese Sätze nicht Ambig sind, damit man sozusagen das Kompositionalitätsprinzip rettet? Es gibt prominente Grammatiktheorien, die davon ausgehen, dass die Form, in der uns Sätze begegnen, nicht ihre eigentliche Form ist, sondern nur die letzte, die, die sie annehmen, wenn sie geäußert werden. An diesem Punkt sollen sie aber schon eine Geschichte von bestimmten Ableitungen hinter sich haben. Irgendwo an einer früheren Stelle im Ableitungsprozess dieses wahrnehmbaren Satzes sollen sie einmal eine eindeutige syntaktische Form gehabt haben. Die eigentliche Form soll dabei durch universelle syntaktische Strukturprinzipien zustande gekommen sein und die Veränderungen hin zur letzten, oberflächlichen Form sollen dann anderen Prinzipien geschuldet sein. Bestimmte Bedeutungsaspekte werden aber in früheren, in Bezug auf diese Aspekte eindeutigen Ableitungsstufen von der syntaktischen Struktur abgelesen. Und diese früheren syntaktischen Strukturen werden dabei als unsichtbar oder virtuell angenommen. Das ist die Position der Grammatiktheorie in der Tradition von Norm Chomsky, die Mainstream-generative Grammatik. Die genannten Ambiguitäten existieren also nur in der Oberflächenform von Sätzen. Auf einer tiefer liegenden syntaktischen Ebene sind sie eindeutig. Diese Annahme von virtuellen oder unsichtbaren syntaktischen Ebenen ist sehr umstritten und böse Zungen behaupten, sie sind nur dazu da, um die universelle Gültigkeit des Kompositionalitätsprinzips zu retten. Vierte Frage. Wie verläuft die Bedeutungskomposition? Man sollte beim Kompositionalitätsprinzip nicht aus den Augen verlieren, dass es darin um sprachliche Bedeutungen geht, dass also die Bedeutung an sprachliche Ausdrücke geknüpft ist. Das heißt, wie gehört an Lexeme, ihre Form und ihre Verknüpfung. Ein ganz zentraler Punkt ist jetzt, dass je nachdem, wie man die Lexeme in ihrer Formausprägung und in den syntaktischen Strukturen beschreibt, sich auch die Gestalt des Kompositionsprozesses verändert. Ich erzähle Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass es sehr verschiedene Grammatiktheorien gibt, die einen Satz ganz unterschiedlich beschreiben würden. Zum Beispiel Dependenzgrammatisch oder X-Bar-theoretisch oder Konstruktionsgrammatisch. Dadurch, dass die Bedeutungskomposition an die Ausdrücke und ihre syntaktische Verknüpfung gebunden ist, verläuft sie gewissermaßen parallel zur syntaktischen Struktur. Man nennt das Homomorphismus zwischen syntaktischen und semantischen Strukturen. Denken Sie an einen Satz wie Der Zocker ist kein Salat. Als Phrasenstruktur hätte er, stark vereinfacht jetzt, an der Spitze einen Satzknoten, S, der sich aufteilt in eine NP, der Zocker, und eine VP, ist kein Salat. Die NP enthält einen Determinierer, der und einen Nomen, Zocker. Die VP löst sich auf in ein Verb, ist und eine NP, die wiederum einen Determinierer, keinen und einen Nomen Salat enthält. Die Bedeutungskomposition arbeitet sich nun im Strukturbaum von unten nach oben bzw. von rechts nach links. Sie startet an der am tiefsten eingebetteten Stelle mit der Komposition der Bedeutung von keinen und Salat. Daraus resultiert die Bedeutung der NP innerhalb der VP. Diese komponierte NP-Bedeutung verbindet sich dann mit der Bedeutung vom Verb ist und als Resultat bekommt man die komponierte Bedeutung der VP. Die verbindet sich dann wiederum mit der Bedeutung der obersten NP, der Zocker, die natürlich auch schon komponiert ist aus den Einzelbedeutungen von der und Zocker. Zusammen bilden sie dann die Satzbedeutung. Diese Phrasenstruktur bildet sozusagen die Art der Verknüpfung, von der im Kompositionalitätsprinzip die Rede ist. Jetzt wird auch ersichtlich, dass die Bedeutungskomposition ganz anders verläuft, wenn man eine andere Grammatiktheorie nimmt und die Satzstruktur anders beschreibt. Deutlich komplizierter wird es dann nochmal, wenn man verschiedene syntaktische Ebenen annimmt, auf denen verschiedene Aspekte der Bedeutung festgelegt werden, wie in Chomskys Minimalismus. Und diese ganze Frage hängt auch mit der anderen Frage zusammen, ob man die Bedeutungskomposition als einen kognitiven Prozess oder nur logisch-funktional beschreiben will. Beispielsweise würde man ja im Falle des kognitiven Prozesses wohl kaum hinten im Satz anfangen und vorne enden. Als logisch-funktionale Operation kann einem einer das aber egal sein. Wie üblich könnte man noch sehr viel mehr dazu sagen. In anderen Podcasts hören Sie aber noch anderes zu Aspekten dieses Podcasts. Für diesmal sage ich aber danke fürs Zuhören und Ciao, bis zum nächsten Mal.